Du möchtest erfahren, wie man Guayusa richtig zubereitet, wie viel Guayusa man braucht, wie lange man ihn ziehen lässt und vielleicht interessiert dich sogar, wie er traditionell zubereitet wird? Dann bleib dran! Herzlich willkommen! Ich bin Sebastian, der Gründer von Guya und bei Guya dreht sich alles um Guayusa. Nun, wie viel Guayusa brauchst du denn eigentlich, um dir eine Tasse oder auch eine Kanne Guayusa zu zubereiten? Ich empfehle, nimm einen Teelöffel für eine Tasse und einen Esslöffel für eine Kanne mit einem Liter. Und dann lass Guayusa wirklich lange ziehen, mindestens fünf Minuten. Du kannst ihn auch während der ganzen Trinkphase ziehen lassen. Sprich, wenn du unseren Teebeutel benutzt, lass den Teebeutel einfach in der Tasse, bis die Tasse leer ist. Und wenn du eine Kanne hast, lass das Sieb oder den eigenen Teebeutel so lange im Sieb, bis die Kanne leer ist. Es schadet dem Geschmack absolut gar nicht, es verstärkt aber natürlich die Wirkung. Interessant finde ich natürlich auch die traditionelle Zubereitung. Denn im Amazonas haben die Kitschwer natürlich keine kleinen Teebeutelchen, die sie aufbrühen mit ihrem Wasserkocher, sondern sie machen ein Lagerfeuer. Und auf diesem Lagerfeuer platzieren sie einen in der Regel metallernen Kochkessel oder manchmal auch einen Topf aus Ton. Und dort werden die frischen Blätter, in der Regel sind es frische Blätter, für mehrere, manchmal Stunden, gekocht. Teilweise werden sie sogar gekocht, dann lassen sie sie abkühlen und erst am nächsten Tag werden sie nochmal warm gemacht und dann in der Nacht um drei Uhr getrunken, während der ganze Stamm oder die ganze Familie um das Feuer herum sitzt und sich über interessante Ideen oder auch Träume austauscht. Wenn du mehr erfahren willst, geh auf www.drinkguja.com, schau dir die anderen Videos an, hinterlass einen Kommentar, lass mich wissen, was du über Guayusa erfahren möchtest und bis dahin, energize your mind.